Ich habe die erste Body Milk für die Dusche entdeckt. Die neue Nivea in der Dusche Body Milk. Ich wasche mich mit meinem Duschgel. Dann trage ich sie auf meine nasse Haut auf. Sie wirkt sofort und ich dusche mich wieder ab. Meine Haut fühlt sich den ganzen Tag sanft gepflegt an und ich kann mich gleich anziehen. Die neue Nivea in der Dusche Body Milk. Erhältlich im Bodylotion-Regal. Neu für unwiderstehlich zarte Haut. Nivea in der Dusche Soft Body Milk. Nivea in der Dusche Body Milk.